Das Viertelfestival Niederösterreich Industriefiertel 2015 findet vom 9. Mai bis 9. August statt. Unter dem Motto Durchbruch werden 60 Kunst- und Kulturprojekte 11 davon sind Schulprojekte umgesetzt. Die Projekte befassen sich künstlerisch mit den Besonderheiten der Region und zeichnen sich durch experimentelle Zugänge und Originalität aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schwerzerbruch Eine künstlerische Foto- und Filmdokumentarische Sichtweise unseres heimischen Flusses, der Schwarzer. Vom Ursprung am Rohrer Sattel in Rohr am Gebirge bis zur Einmündung in die Leiter bei Harderswirt.